Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Terrorcelia 2 im letzten Part haben wir das Bonus Kapitel abgeschlossen und wollen jetzt ähm die Hauptstory weiterführen, wo vorher wollte ich einkaufen gehen, hier, weil wir haben bestimmt viele Objekte verballert, zumindest was Orangengummi und so alles angeht, so ähm ja, zack, ach nee gar nicht, ist doch gar nicht wahr mit der Hauptstory, ich bin ja gar nicht wahr mit der Hauptstory. Ich bin ein Doom, wir wollten doch vorher noch die Gigantummonster kaputt hauen, ähm, immer noch unbekannt, ich weiß glaube ich wo, mhm, die drei, dann auf in die Salenwälder, Moment, ich weiß nämlich glaube ich wo das ist, was uns fehlt, ist das hier, davon kommen wir in den Salenwälder, gehen wir da hin, gehen wir einmal durch den, den Ganzenwälder, hier schnell durch die Eishülle einmal komplett durch, oder wisst ihr was, ich glaube, ich laufe schnell aus, wie durch die Eishülle, also wir sehen uns gleich, so aus der Eishülle draußen sind wir jetzt hier, und ich glaube dass es eine Gigantummonster hier ist, also es ist nur so eine Vermutung von mir, weil das war halt das letzte Kartenstück, was uns gefehlt hat bei sonstiges, die Tulea Tundra, und deswegen gucken wir jetzt mal, huh, ich will das aber jetzt hier letztendlich finden, was zum Halter bist du, was bist du, du bist auf jeden Fall nicht hier hin, glaube ich, du bist auf jeden Fall nicht hier hin, glaube ich, bam, aua, mach mal Max mit Blut, da, ja, so, nächster, huh, willkommen, du Vögel auf einmal her, okay, uh, nice, nice, das brauchen wir doch, deine Katze ist back, mein Kätzchen, ja, die brauchen wir Kätzchen, richtig gut gemacht, Rolo, mehr davon, mehr davon, der weiß jetzt ist, wo ich die Zugvögelfeder herkriege, da, 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 was ich vermute mal nur, dass das hier ist, weil der Ort ist halt noch Fragezeichen, und so, und so, ich mein, das kann sich nicht Ehre verschenken, dass die ganze Monster, Versible Marsch? Versible Marsch? Zack! Bam! Komm her! Uh, da kann eine Besinnungskanone drüber, du, 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 Kronenfeder, braucht mir die nicht auch für irgendetwas? Doch nicht hier? Hä? Ich war mir aber so sicher, ich bin schon sonst durch die Eiswürfel, und ja, so haben wir das Gebiet erkundet, und wozu sind wir jetzt hier? Oh! Lass mich mal sehen! Auf jeden Fall ist da eine Truhe, die wir jetzt öffnen werden. Und dann guck ich mal, ob das Gebiet gewählt ist. Oder kommt das Monster erst später? Weil wir hatten das ja eigentlich eigentlich viel. Ja, ja. Geh mal weg. Zack. Wir haben weiteres bessere Ausrüstung. Hohoho, das klingt aber ziemlich viel. Ähm. Das war einmal in Zählenwäldern. Eingang zu den Zählenwäldern. Also der Zählenwäldern. So. Suchen wir unser erstes Gigantom Monster hier. Können wir doch nur zwei besiegen. Finde ich schade. Das dumme ist, wir müssen beide Seiten untersuchen. Ne. Das ist mir gar nicht. Wir müssen eine Seite untersuchen. Ne. Da gehst du direkt in die Hürde. Hä? Ach, das hier sind nur die Zählenwälder. Das heißt, das Monster kann nur hier rum sein. Da ist hier nicht wahr. Muss es auf der anderen Seite sein. Auf der anderen Seite. Geh mal weg. Wo ist denn unser liebes Gigantom Monster? Hier ist es nirgends. Ah. Ist doch das hier. Ja. Gehen wir mal mal umgucken. Hm. Das ist komisch. Wo ist es? Wo ist es bloß? Hier soll doch eins sein. Ich sehe aber keine riesige Miezekatze. Verdammt. Es kann auch sein, dass die Miezekatze eine kleine Miezekatze ist. Aber in so einem Loch kann ich mir die nicht vorstellen. Hi. Du bist ein ziemlich großes Monster. Ja. Hi. Du bist ein ganzes Fenster. Hier. Leuchten. Revolver. Revolver. Fack. 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 BAM. Das tut weh, wa? Komm, versuche es doch gar nicht zu werden Nein, das ist mein Mistikart verhindert Gerade in den letzten Sekunden wollte ich es gerade noch einsetzen So Mann, wir slayen wieder richtig auf den drauf Hier Fuck Hau weiter drauf 90 Treffer, oh mein Gott Aua Nimm das Hier, los Bam Und mystisches Art Nimm das hier Bam Das wird die Idee tun Destruction So So groß war das aber jetzt wirklich das Monster Aber was soll ich nehmen Es sieht aber wie das Teufelsmonster von damals aus Was Elise Waffe hatte Geh weg Geh doch mal weg Au Zack Au Oh Wir haben 13er Z Was hat euch denn hier passiert Und leuchten der Revolver Zack Bam Oh yeah Au Das hat ein bisschen weh 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 Äh Hier Da Da Streit Da Wo ist das Monster hin? Wie viel HP hast du noch? 51.000 Zack Da 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 Äh Da Und leuchten Revolver wieder Das sind die einzig Attaculische Merke Wie die sich wieder Geh Muss man wieder gucken Dö 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 Fallender Schnicket auch Aber das ist Strahlender Schwächer Leucht Frostschneider Stimmt das sind alles Überstrahlender Schwächer Von daher Endert Das war zu nahe. Dann auf in die Lava-Höhle. Da kann ich mir auch schon gut vorstellen, wo das Monster ist. Nämlich da, wo auch wir unsere Bärentatze geholt haben. Dann gehen wir mal da schnell hin. Ich mein, geht das super fast. Ich bin jetzt ernsthaft. Ich wollte in die Lava-Höhle. So. Tadaa. Schon viel besser. Da ist auf jeden Fall ein Lava-Gentleman. Ein Lava-Skorpion. Wie sind die da? 68. Ja, stimmt alles. Und wir laufen weiter. Besser wieder klettern. Hehehehe. Derp. Solange uns keiner dieser Random-Accounter angreift, bin ich glücklich. Nur solange uns kein Random-Accounter angreift. Sonst werde ich tot unglücklich. So. Und weiter. Du. Zup. Zup. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast kein Recht mich anzugreifen. Das hat niemand hier. Niemand, sage ich euch. Nein, auch nicht du. Hehehehe. Der Vogel denkt sich so, ach man, oh. Warum nicht. Da, ich wusste es. Ähm. Ich geb mal jeder mit einem Nichtgummi. So. Hey. Hey. Ich will da immer einen Präventivangriff machen, aber das klappt nicht. Es sind. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaub erstmal den mit der Schwertschwäche an. Ne. Feuer wäre doof. Ah. Ach. Began. Entschuldigung. Das dauert halt ein bisschen länger. Und ihr les macht's mal lieber nur auf Heilen. Werst denn denken kann, dass das Zweifeln sind? Hier unten ist das bitte schön. EphesDich Resistenz? Ah nö. Na das ist aber doch. Au au au. Hi. Wie gefällt uns das hier. Oh mein Gott! Ich muss dich töten! Ja! Friess! Du hast so schön viel Schaden! Und! Bomb Destruction! Ja, halt Bomb Destroyer! Ja, halt Bomb Destroyer! Okay! Oh! Kommst du wohl her? Äh, ich kann nicht herren! Hier! Zack! Und hier das hier noch! Wie gefällt dir das hier? Alles! Was? Mann, ist das 12k? Oh, 2.000! Richtig viel Schaden gemacht! Äh, ich kann nicht mehr machen! Wieder Hilfe! Oh, feil ich dann! Ich hab ihn geheilt! Den Schein holen wir sofort wieder raus! Ja, ja! Du, du brauchst Hilfe! Du, du, du! mit zu! Aber kein Giganto-Moto ist zu schwer für uns! Mann, warum sollten sie zu schwer für uns sein?! Oh nein! Das ist doof! Oh! Das hat ihn verletzt! Ah, nöööööö! Au, 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 au! Hör uns zu! Hier! zack vielleicht auch wieder du hast eine hammer schwäche dann kriegst du ihn auch auf die nutze nein 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 können wir uns mit dem hammer verbinden jetzt hat er jede schwäche schlecht drauf hier doch immer noch alle schwächen und das mystische art natürlich vergessen das macht so viel schaden einfach nur so cool aussieht auch wo sind die anderen so damit hätten wir diese getötet nach marxburg direkt wir müssen ja eh nachdenken aber wir sind auf der falschen seite von marxburg der engel freut mich auf die seite von hallo katze sagt du musst doch trotzdem uns das jahre amulett holen kätzchen tut mir leid ist aber leider so ist leider so kätzchen und hier können wir einmal objekt laden bitte hallo 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 da müssen wir da einkaufen gehen und können auch mal spezialkuchen gehen können wir langsam das habe entscheiden was fehlt uns denn noch bussardkralle und zugvogel fehlt da noch ok sonst irgendetwas für elfen wilde flamme da fehlt uns kein net was für geist oder so oder für tisch oh mein gosch amethyst nope für geist nichts mehr was brauchen wir für das wasserband noch hübsches band dann könnten wir das machen mhm wo kriegen wir doch schnell ein hübsches band her bestimmt ein chariton oder hier hübsches band hi wasserband zack mehr brauche ich von dir nicht thanks but thank you die 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 Versiegeltes Eternia Versiegeltes Eternia Versiegeltes Eternia Also ich finde es nur Sturm, Symfonia Geiles Klos Und die Habe Phacilia Okay Wie gesagt Nach dem das Spiel durch ist die GTAP Sowieso noch weiter Oder ich hole die Demnächst auch schon mal gucken Weil wir möchten ja noch das cooles Wir sind zurück Und haben unser Team Was nicht geheilt ist Das ist ein bisschen doof gewesen So Fast Level 70 Wir sind Level 69 Ein Level 4 Level 70 Das ist so nice Und einmal savin Ach schon wieder 21 Uhr Das ist so nice Und einmal savin Die Zeit verfliegt Einfach nur Einfach Weg Also geradeaus können wir nicht Nope Kronos How dare you Ich will wissen Was da unten ist Wow Sind ganz schön verwinkelt Oder? Hi Das ist wirklich ziemlich verwinkelt Was wollte ich mir eigentlich Eternia noch anschauen Ach stimmt Ich muss mich so besiegen Mit Dem hier Könntest du aufhören dich abzuwehren? Ich hab gesagt könntest du aufhören damit Da tschüss Gut gemacht tschüss Und hier die Frostschneider Und hier die Frostschneider Bam Hau sie einfach zu mir Dann haust sie die los Bam Ha Bus halt gerade kriegen wie H.O. Das ist gut 30 Streffer speziell hier siehst Oh Level Up von Art Geht aber weiter Ja Leute ich würde sagen weiter gehen wir erst durch das Durch kennen im nächsten Fall Also bis zum nächsten mal Tschüss